Hallo zusammen, vor jedem einzelnen Video zum Thema Hebel Trading steht dieser eine Hinweis, dass Hebel Trading riskant ist, dass man alles verlieren kann und dass man besser wissen sollte, was man tut. Und ich kann das inzwischen nicht mehr hören, vor allem, weil ich glaube, dass jeder Einzelne, der ein solches Video geschaut hat, daraufhin erstmal beschlossen hat, diesen Hinweis komplett zu ignorieren und es einfach trotzdem zu tun. Und ich finde halt auch mit echt gutem Grund, weil ich habe jetzt schon drei Bullenmärkte mitgemacht. Das hier wäre jetzt tatsächlich mein vierter Bullenmarkt. Ich bin schon seit über zehn Jahren dabei und ich habe tatsächlich nach jedem einzelnen Bullenmarkt es tierisch bereut, selber keinen Hebel eingesetzt zu haben. Und das nicht mal, weil ich jetzt besonders gierig bin und unbedingt noch mehr Geld verdienen wollte im Bullenmarkt, sondern vor allem, weil ich im darauffolgenden Bärenmarkt trotzdem jede Menge Geld verloren habe, obwohl ich eigentlich gar keinen Hebel eingesetzt habe. Am Hebel konnte es also gar nicht liegen, sondern es lag vor allem daran, dass ich kein vernünftiges Risikomanagement am Start hatte. Ich meine, der erste Bullenmarkt 2013, 2014, da war Bitcoin noch so auf circa 70 bis 100 Euro. Da habe ich quasi erst mal kapieren müssen, wie Bitcoin überhaupt funktioniert und wie Krypto funktioniert. Und dann habe ich so exotische Projekte ausprobiert wie Colored Coins, die heute kein Mensch mehr kennt, oder auch Litecoin gemeint, aber bin dabei immer der Hashrate hinterher gerannt und kaum hatte ich also kapiert, wie Krypto funktioniert. Da war der Bullenmarkt auch schon vorbei und ich habe den ersten Bärenmarkt in meinem Leben erlebt. Und dieser Bärenmarkt, der mündete ja dann quasi in die ICO-Blase, also Ethereum ist dann auf den Markt gekommen und in dieser Zeit bin ich quasi gefühlt jedem einzelnen ICO hinterher gerannt und bis ich gemerkt hatte, dass quasi die Karten die ganze Zeit gegen mich gemischt waren, da war eben quasi der Bullenmarkt auch schon vorbei und der nächste Bärenmarkt kam. Und im darauffolgenden Bullenmarkt, also der Bullenmarkt, in dem DeFi aufgekommen ist und NFTs aufgekommen sind, da hatte ich dann tatsächlich nach dieser Erfahrung schon irgendwie einen gewissen Plan, was Risikomanagement angeht. Und ich hatte damals so die Idee, darüber habe ich auch auf meinem Kanal Videos gemacht, dass ich quasi alle meine Kryptos beleie, zum Beispiel über Aave. Und zwar je mehr wir quasi ans All-Time-High kommen, desto näher an der Liquidierungsgrenze und dass ich mich dann, wenn die Kurse dann wieder runtergehen, quasi freiwillig liquidieren lasse und dadurch automatisch, also relativ nah am All-Time-High, am Top verkaufe. Und ja, es gibt Videos von mir, könnt ihr mal schauen, da habe ich das angekündigt, die Idee erklärt und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert bei diversen Krypto-Projekten, aber es ist größtenteils daran gescheitert, dass damals letztendlich das zum einen die einzige Möglichkeit war, hier vernünftig quasi Risikomanagement zu machen und dass vor allem auch nicht alle Kryptos, die ich hatte, quasi von Aave und ähnlichen Plattformen, zum Beispiel Compound oder so, unterstützt wurden. Sodass ich also bei vielen, vielen Krypto-Projekten, in die ich investiert hatte, quasi nackt, long war und dadurch habe ich dann eben in dem darauffolgenden Bärenmarkt, in diesem aktuellen Bärenmarkt, auch sehr, sehr viel Geld verloren. Und ich habe mir also jetzt vorgenommen, quasi in diesem beginnenden Bärenmarkt, wenn es denn einer ist, verstärkt auf Hebelprodukte zu setzen, vor allem jetzt in dieser Anfangsphase, weil es war eigentlich in allen Bärenmärkten immer so, die Anfangsphase, bei der man im Grunde noch nicht sicher war, ob es denn wirklich ein Bärenmarkt wird, diese Phase war eigentlich up only und da waren auch die meisten Gewinne zu holen und in dieser Zeit wäre es eigentlich sehr schlau gewesen, einen Hebel einzusetzen, denn das Risiko ist relativ überschaubar, insbesondere wenn man quasi mit Stop-Loss-Orders oder Ähnlichem arbeitet und dafür sorgt, dass man quasi im Falle, dass der Bullenmarkt abgesagt ist, nicht allzu viel verliert. Ja und ich habe mich also jetzt informiert, was gibt es eigentlich für On-Chain-Möglichkeiten, quasi Krypto zu hebeln und On-Chain vor allem deshalb, weil das ist für mich quasi die allererste Regel des Risikomanagements, dass ich nicht auf zentralisierten Plattformen trade. Ich habe immerhin die Mt. Gox-Pleite miterlebt und vor allem ist es ja gerade mal ein Jahr her, ungefähr ein Jahr her, dass FTX-Pleite gegangen ist. Ich muss sagen, in beiden Fällen habe ich Tierischwein gehabt, weil damals bei Mt. Gox, da hatte ich keine Möglichkeit Geld zu Mt. Gox zu überweisen, weil Mt. Gox einfach in Japan saß und ich keine Ahnung hatte, wie ich meine Kohle darüber kriege. Ein Glück habe ich das auch quasi nicht rausgefunden und dadurch bin ich davon nicht wirklich betroffen gewesen und bei FTX war ich nicht betroffen, weil ich FTX letztendlich damals schon nicht richtig vertraut habe. Ja, also deshalb möglichst On-Chain-Produkte nutzen und ich muss sagen, dass die On-Chain-Produkte tatsächlich bei weitem noch nicht so fortgeschritten sind und ausgereift sind wie die zentralisierten Plattformen, wie zum Beispiel Deribit oder wie Binance, Kraken. Die bieten einfach sehr, sehr ausgereifte Produkte mit einer relativ hohen Liquidität und das ist On-Chain nicht in der gleichen Art und Weise gegeben, aber mit dem einen oder anderen kann man arbeiten und ich würde jetzt gerne einfach mal zeigen, was ich so gefunden habe, was es für Möglichkeiten gibt. Die einfachste Variante, eine gehebelte Long-Position auf den Bitcoin aufzumachen, wäre natürlich jetzt so etwas zu nutzen wie GMX oder eben auch DYDX, also eine sogenannte Perpetuals-Plattform und die Möglichkeit wäre jetzt natürlich hier, sagen wir mal, 5000 Dollar an Sicherheit zu hinterlegen und dann eben für 25.000 Dollar eine Position aufzumachen, also zum Beispiel ein Fünffachhebel zu benutzen und ich habe mich da letztendlich dagegen entschieden, weil mir zurzeit die Funding-Fee zu hoch ist, weil also die These ist ja jetzt, von der ich ausgehe, dass wir die nächsten Wochen bis Januar eher steigende Kurse sehen werden, dass der Markt sehr bullisch ist, außer natürlich quasi der Bitcoin-Spot-ETF wird abgesagt, aber dann wäre meine These halt invalidiert, dann würde ich meine Position auch schließen, Strategie ändern. Und das heißt also, jetzt wäre die Aufgabe quasi eine Position, eine Long-Position aufzumachen bis spätestens 10. Januar. Das Problem hier ist einfach, der Markt ist zurzeit zu bullisch, denn das wirkt sich eben auf die Kosten meiner Position aus. Ich habe hier eine Funding-Fee von zurzeit 0,002357% pro Stunde, die ich bezahlen muss. Der Markt ist sehr bullisch, wenn ich jetzt eine Long-Position aufmache, bin ich auf der Seite des Marktes. Die Funding-Fee, die muss ich also bezahlen. Wäre ich auf der gegenüberliegenden Seite, würde ich eine Short-Position aufmachen, würde ich die bekommen. So, wenn euch das Thema Funding-Rate mehr interessiert, dann gibt es dazu ein Video von mir. Das ist, glaube ich, mein letztes Video. Ich würde jetzt das auch quasi hier einblenden und auch einen Link unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr euch genau schlau machen, wie das funktioniert. Aber das Grundprinzip ist einfach, ich muss jetzt hier, weil ich Long bin und der Markt auch Long ist, also die allermeisten anderen Trader auch Long sind, Funding-Fee bezahlen an diejenigen, die Short sind. Und diese Funding-Fee beträgt 0,002357% pro Stunde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ist das aufs Jahr gerechnet? Und bevor ich das jetzt zu Fuß ausrechne, es gibt hier bei DYDX die Möglichkeit, sich die Funding-Rate der letzten Zeit anzuzeigen, indem ich hier auf diesen Knopf Funding drücke. Und dann sehe ich quasi, dass die Funding-Rate über die ganze Zeit erstmal immer nur positiv war. Das heißt also Long-Positionen kosten das. Und die Funding-Rate, die ist jetzt eher rückläufig. Das liegt daran, dass zurzeit die Kurse auch rückläufig sind. Der Markt jetzt immer weniger bullisch wird. Kann sogar sein, dass wir jetzt negative Funding-Rates sehen werden. Und dass dann also quasi die Long-Positionen sogar Geld einbringen würden. Aber die These ist ja, dass die Grundstimmungen die nächsten Monate eher positiv sind. Das heißt, wir werden in meiner These es quasi enthalten, dass die Funding-Rate positiv bleibt und auch weiter hoch bleibt, weil der Markt sehr bullisch sein wird. Und die einstündige Funding-Rate, also die stündlichen Zinsen, die ich bezahlen muss, die sagen mir im Grunde nicht besonders viel. Ich kann mir das hier auch annualisiert anzeigen lassen. Und dann sehe ich, dass das also ungefähr zum Beispiel in den letzten Tagen am 11. November schon mal hochgegangen ist, auf 143, 144 Prozent Zinsen, die ich auf meine Position, nämlich auf 25.000 Dollar pro Jahr zahlen müsste, wenn ich die Position ein ganzes Jahr offen hätte. Und man sieht, dass also tagelang, und das ist wirklich eigentlich die letzten zwei Wochen permanent gewesen, die Funding-Rate bei deutlich über 50 Prozent lag. Jetzt geht sie wieder runter, lag jetzt die letzten Tage eher so im Bereich von 25, 30 Prozent. Jetzt ist sie sogar im einstelligen Bereich, aber sie kann sehr, sehr schnell wieder hochgehen. Und sobald die Kurse wieder hochgehen, sobald positive Nachrichten in Bezug auf den Bitcoin-Spot-ETF kommen, wird diese Funding-Rate wieder auf über 50 Prozent gehen. Und das heißt also, wenn ich eine 25.000 Dollar Long-Position aufmache, dann würde ich quasi 2.000 bis 3.000 Dollar alleine für die Funding-Rate bis Mitte Januar bezahlen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Da gibt es bessere Alternativen. Und eine mögliche Variante wären die sogenannten Optionen. Also es wären Optionen. Ein Beispiel hier bei Lyra Finance. Und da sieht man schon, wo hier so ein bisschen das Problem ist. Nämlich, ich müsste quasi hier eine Call-Option kaufen. Ich müsste die also kaufen. Das heißt, ich müsste hier auf Buy gehen und auf Call. Eine Call-Option gibt mir die Möglichkeit zum, sagen wir mal, 29. Dezember. Weitere Optionen gibt es nicht. Also die Fälligkeitsdaten, die kommen erst nach und nach raus. Es kommt jetzt in den nächsten Tagen. Wird irgendwann hier auch quasi irgendein Fälligkeitsdatum im Januar rauskommen. Aber ich nehme jetzt mal als Beispiel hier den Dezember, weil das ist das Fälligkeitsdatum, das am weitesten hinten liegt. 29. Dezember. Ich kaufe mir jetzt also eine Option, die es mir ermöglicht, am 29. Dezember den Bitcoin für 36.000 Dollar einzukaufen. Mit der These, dass der Bitcoin über 36.000 Dollar liegen wird. Sagen wir mal auf 48.000 Dollar zum Beispiel. Und dann hätte ich ja quasi automatisch 12.000 Dollar Gewinn gemacht, weil ich könnte den Bitcoin selber einkaufen für 36.000, auf dem Markt für 38.000 verkaufen, hätte 12.000 Dollar Gewinn gemacht. Aber ich muss diese Option jetzt kaufen. Ich kann die nicht erst am 29. Dezember kaufen. Und ich muss die jetzt kaufen, und zwar zu dem aktuellen Preis dieser Option. Und diese Option kostet mich 2.934 Dollar. Das heißt also, ich muss jetzt circa 2.000 bis 3.000 Dollar ausgeben, um diese Optionen mir zu sichern. Das sind also meine Kosten. Die muss ich dann vom Gewinn abziehen. Ich würde also in diesem Beispiel nur 9.000 Dollar ungefähr Gewinn machen, nicht 12.000 Dollar. Oder man könnte auch sagen, es gibt einen Break-Even-Preis von 38.900 Dollar ungefähr. Ab diesem Preis würde ich Gewinn machen. Und das ist das eine Problem, das es hier gibt, nämlich, dass ich quasi noch nicht für den Januar Optionen kaufen kann. Und jetzt muss ich also nochmal 10, 14 Tage warten, bis die Optionen endlich verfügbar sind. Und wer weiß, wie dann der Markt aussieht, wo dann der Preis ist und wie dann quasi meine Gewinnchancen so aussehen. Die zweite Sache, die hier auch ein Problem darstellt, das ist quasi die Liquidität. Denn wenn ich hier eine Option kaufe, also quasi für einen Bitcoin, dann kostet mich die Option 2.978 Dollar. Also das ist die Zahl hier, die stimmt nicht ganz. Da kommen noch ein bisschen Gebühren obendrauf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon für zwei Bitcoin Optionen kaufen möchte, dann kostet mich jede Option schon 3.300 Dollar. Also quasi 300 Dollar mehr, als wenn ich nur eine Option kaufe. Das heißt, das liegt daran, dass hier die Liquidität sehr gering ist. Ich habe hier Slippage. Und weil die Liquidität sehr gering ist, werden die Optionen auch immer teurer. Je mehr Optionen ich kaufe, bei fünf Optionen, wäre ich dann schon bei 4.300 Dollar, die ich pro Option bezahlen müsste. Also wäre ich so ungefähr bei Gesamtkosten von 21.000 Dollar, die ich hier quasi bezahlen muss. Also die Optionen werden, je mehr ich kaufe, immer teurer. Und das ist natürlich bei zentralisierten Plattformen ein bisschen anders. Im Prinzip ist es so ähnlich, aber die Preissteigerung ist sehr viel geringer pro Option. als hier. Das habe ich also auch verworfen. Und die Variante, die ich quasi jetzt gewählt habe, das ist CurveUSD. Bei CurveUSD kann ich auch eine gehebelte Longposition auf dem Bitcoin aufmachen, indem ich zum Beispiel WBTC oder TBTC hinterlege. Dann würde ich also quasi hier den Leverage-Knopf benutzen, nicht Create Loan, sondern auf Leverage gehen. Ich gehe hier direkt in den Advanced Mode, weil mir das ein paar Zusatzinformationen geben. Wenn ich in den Simple Mode gehe, klar ist das sehr super einfach hier, aber ich habe auch nicht alle Informationen, die ich brauche, um hier das Risiko abschätzen zu können. Ich gehe in den Advanced Mode und müsste jetzt hier 5.000 Dollar an Sicherheit hinterlegen, um dieses Beispiel, das ich bei den Optionen bei GMX gemacht habe, quasi hier auch auszuführen. Also 5.000 Dollar als Sicherheit hinterlegen, aber in Form von Bitcoin. 5.000 Dollar sind zurzeit beim aktuellen Kurs ungefähr 0,14 Bitcoin, 0,1417 ungefähr. Und das wären also 5.000 Dollar, die ich hinterlege. Und ich müsste jetzt noch einen Betrag ausleihen, um meine Position zu einer gehebelten Position aufzubauen. Weil ich jetzt einen Fünffachhebel aufbauen möchte, muss ich jetzt 20.000 Dollar quasi an Darlehen nehmen. Denn ich habe 5.000 Dollar schon hinterlegt. Um jetzt auf 25.000 Dollar zu kommen, brauche ich also noch 20.000. Und dann hätte ich einen ungefähren Hebel von mal 5. Sieht man hier bei Leverage 4,98. Das kann man natürlich jetzt alles wesentlich genauer ausrechnen, aber mir kommt es nicht darauf an. Und ich hätte also jetzt eine Gesamtpositionsgröße von 0,70572 Bitcoin und das entspricht ca. 25.000 Dollar. Etwas weniger als das. 24.900 irgendwas. So und ich sehe jetzt hier also auch quasi mein Liquidierungsrisiko. Das heißt also, wenn der Bitcoin unter einen bestimmten Preis fällt, dann wird meine Position liquidiert. Das sehe ich hier an der Liquidation Range. Und das ist dieser grüne Balken hier. Und dieser grüne Balken, da wo der grüne Balken links anfängt, das ist quasi der Punkt, an dem quasi meine gesamte Position komplett weg ist und ich raus bin und auch meine Einlage von 5.000 Dollar verloren habe. Das läge jetzt hier bei ungefähr 29.689 Dollar. Und die Liquidierung, es würde quasi eine Softliquidierung, eine sogenannte Softliquidierung stattfinden, wenn Bitcoin auf 32.828 Dollar fallen würde und dann würde ein Teil meiner Position verkauft werden, also ein Teil meiner Einlage verkauft werden, damit dann quasi meine ganze Position wieder abgesichert werden. Und wenn dann der Bitcoin weiterfällt, wird ein weiterer Teil verkauft, bis ich dann bei 29.689 Dollar ankomme, bis der Bitcoin an diesem Punkt ankommt, dann wäre meine gesamte Position weg. Aber solange ich hier in dieser Liquidation Range bleibe, kann es auch passieren, dass quasi meine Position zurück aufgebaut wird, dass also quasi meine Position wieder steigt, wenn dadurch, dass quasi die Liquidierung rückgängig gemacht wird. Und das passiert nur in der Liquidation Range. Und also das heißt, wenn der Bitcoin zum Beispiel bei, sagen wir mal, 31.000 Dollar wäre und dann wieder hochgehen würde auf 33.000 Dollar, dann würde meine Position wieder zurück aufgebaut, abzüglich einer gewissen Gebühr. Ich würde also schon durch die Liquidierung Verlust machen, aber ich hätte hier in gewisser Weise eine Form des Risikomanagements, weil ich quasi nicht komplett ausgelöscht werde, meine Position nicht komplett ausgelöscht wird, nur weil der Bitcoin unter irgendeinem bestimmten Wert fällt. Ich hätte also quasi eine Range, in der ich Zeit habe, meine Position zu verändern. Und dafür gibt es dann hier, sobald ich eine Position aufmache, ein Manage Leverage oder ähnliches, ein Manage Position Knopf, mit dem ich dann nochmal collateral nachschießen kann, die Position ganz auflösen kann oder ähnliches. Und das Spannende hier ist aber, der Vorteil hier ist aber, dass die Kosten für dieses Darlehen bei 5,16 Prozent pro Jahr liegen. Es liegt also echt quasi, es ist ein Zehntel von dem, was ich bei GMX oder bei Optionen bezahle. Und das macht diese Variante hier so spannend und so günstig. Und ich kann hier tatsächlich auch nicht nur auf Bitcoin eine Long-Position machen, sondern ich kann auch auf Ethereum eine Long-Position machen, ungefähr zum selben Preis. Wenn ich gestakte ETH hinterlege, dann wird es ein bisschen teurer. Aber es ist auch immer noch kein Vergleich zu Perpetual-Protokollen oder Ähnlichem. Und wenn ich jetzt aber Ethereum hebeln möchte, dann gibt es noch eine sehr spannende andere Variante. Das ist das FX-Protokoll. Und darüber habe ich ein anderes Video gemacht. Da kann man eine gehebelte Long-Position auf den ETH aufmachen, indem man quasi nur einen Coin kauft, nämlich den X-ETH. Man muss dafür dann ETH bezahlen, man bekommt den X-ETH. Und der X-ETH, der hat quasi die doppelte Volatilität von ETH. Das heißt, wenn der ETH um 10 Dollar steigt, dann steigt der X-ETH im Wert von 20 Dollar. Man hätte also eine zweifach gehebelte Position. Immerhin, dafür kostet einem die Position quasi nichts in laufenden Kosten. Man hat, glaube ich, eine Entry-Fee, aber man hat keine laufenden Kosten, wie zum Beispiel bei GMX. Und gleichzeitig kann man nicht liquidiert werden, weil man hat einfach den Token im Wallet und der fällt im Wert und er steigt auch wieder im Wert. Es passiert also gar nichts in Bezug auf Liquidierung. Und ein weiterer Vorteil ist, jetzt mal nur rein theoretisch, man kauft ja sich einen Token und man hat dadurch natürlich einen Steuervorteil, wenn man diesen Token, den X-ETH, mehr als ein Jahr hält. Ist aber jetzt reine Theorie, weil ich weiß jetzt nicht, ob man eine zweifach gehebelte Long-Position auf den ETH über ein ganzes Jahr lang aufrecht halten möchte. Aber wer weiß, wie dieser Bullenmarkt sich noch entwickelt. So, das war es jetzt von meiner Seite. Das Video zum FX-Protokoll, das würde ich jetzt quasi hier in den Abspann packen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.